so ein wunderschönen guten tag mein lieben zuschauer mein lieben fans aus meinem youtube-kanal heute ist es so ich werde reisen nach dem kanton freiburg ja und nennt sich dieses dorf und mit dem zug muss man zuerst nach bern gehen nach nach friburg und dann nach puls und von dort an den bus nehmen und der grund für diese reise ist ich werde ein kollegen besuchen der dort ein haus gekauft hat und ich habe von diesem dorf der sich ja und ja und nennt noch nie gehört aber es soll sehr schön sein es ist 55,2 quadratkilometer groß ist vom bezirk greys und richtig gesagt dort hat es sehr vielen also es hat eiselbahnen es hat viele wanderwege es ist ein touristenort es hat rodelbahn schlittelweg und wasserfall und sehr sehr vieles also ich war wirklich noch nie dort und ich werde begeistert sein was begeistert sein was mich dort erwartet wird und mal schauen was zukommt bleiben sie dann und verfolgen sie uns auf unserem kanal glückhafen und wünschen ihnen eine angenehme reise nächster halt freiburg le personel d'accompagnement des cff vous souhaite la bienvenue nenne je neve aéroport proche narrer friburg the sbb train crew welcomes you on the intercity one to friburg lausanne geneva geneva airport and wishes you a bis zum nächsten stop free why am i looking at you you're a picture in a frame i make believe you're next to me but i know it's not the same why am i looking at you you're a pixel on a screen your animating principle is nowhere to be seen why am i lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting now so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Dann gehe ich da mal ein bisschen hinter. Balkon fällt noch. So. 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 Da fährt ja mein Güllenwagen durch. Oh, meine schöne Böge. Was gibt es denn? Wie ein Güllenwagen. Welcher? Wie dieser. Da hast du doch einfach wie ein Stoss gerettet oder was? Also, gehen wir. Jetzt haben wir etwas, was machen wir? Jetzt gehen wir hier auf die Allnabend. Dann gehen wir sich die Käserei anschauen. Wenn du so gerne Käse hast, hast du Lustig? Dann gehen wir dir noch einen kleinen Käse verkaufen. Okay. Okay. Oder? Sehe ich noch? Sehe ich noch Sachen? Verzeih. Nein, das ist alles was wir machen. Das ist ja noch. So schön. Infang. Genau. Bist du noch? So schön. Dann gehen wir. Ja. Dann gehen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020